Okay, na gut, aber das ist ja an sich mal interessant. Das könnte man sich vielleicht mal reingziehen. Aber wir machen jetzt erst mal das Mücken-Video. Ich herz dich auch, Icke. So. Hat eigentlich schon mal jemand erwähnt, dass Stechmücken übelst lästige Drecksviecher sind? Ich glaube noch nicht. Das ist echt so ein Thema, was an den Menschen irgendwie komplett vorbeigeht. Wird also mal Zeit, dass jemand erwähnt, dass Stechmücken... Also ich kann jetzt schon mal vorher sagen, bevor das jetzt losgeht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu Mücken, zu Stechmücken in die Kommentare schreiben. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich finde Stechmücken schlimmer als Wespen. Und Wespen sind asozial. Aber Stechmücken, die gehen einen auf... Das ist halt wirklich... Hier ist Qualität vor Quantität. So ein schöner, qualitativ, richtig schmerzhafter Stich von einer Wespe ist besser als 10.000 Stiche von einer Drecksstechmücke. Es nervt einfach. Du getraust dich nicht mehr rauszugehen, weil du gestochen wirst. Du getraust dich nicht draußen irgendwie nachts den Sternenhimmel zu beobachten, ohne gestochen zu werden. Es ist einfach eine Schande. Da lieber ein paar Wespen scheiß drauf. Da lieber dreht dich in eine Wespe, als schon 10.000 Stichmücken zur Bums zu werden. Mücken, übelst lästige Drecksviecher sind... Ja, ja, schreib mal rein, was findet ihr schlimmer? Stechmücken... Äh, Stechmücken, sag ich. Stechmücken, also Mücken oder Wespen. Schreib mal Mücken oder Wespen, was findet ihr schlimmer? Kommentaren wurde mir zugetragen, dass Gelsen richtige Hurensöhne seien. Mein erster Gedanke war, was zum Fick sind bitte Gelsen? Bis ich dann bei meiner 5-minütigen Recherche über Stechmücken, welche 5 Minuten länger war, als es diese Bastarde überhaupt wert sind, darauf gestoßen bin, dass Gelsen einfach nur die österreichische Bezeichnung für diese ist. Ich schließe mich den Kommentaren zu 100% an. Also, um die Sprachbarriere etwas zu vermindern. Ganz ehrlich, hab ich noch nie gehört. Gelsen. Ey, ist das wirklich... Ist das in Österreich wirklich so krass, dass man dazu Gelsen sagt? Warum Gelsen? Ich dachte, wir sprechen alle Deutsch. Auf einmal kommt hier Österreich und, und, äh... Faut unsere Sprache, oder wie? In Bayern sagen manche Stanzen. Was ist denn eine... Warum Stanzen? Das ergibt gar keinen Sinn. Wenn ich von Stechmücken spreche, sind damit Gelsen gemeint. Moskitos ist also ein Begriff, den wohl alle verstehen. Wir können uns aber auch einfach auf missgebohrten Drecksviecher einigen. Und wenn ich von Mücken spreche, sind damit neben den Stechmücken auch die Mückenarten gemeint, die nicht zu stechen. Und keine Obstfliegen oder so ein Scheiß, liebe Österreicher. Abgesehen davon sage ich zu Stechmücken meistens einfach nur Mücken, weil das kürzer ist. Verstehst du? Da das geklärt ist, lass uns nun auf die missgebohrten Drecksviecher zu sprechen kommen. Die älteste bekannte Stechmücke lässt sich als Bernstein-Einschluss auf bis zu 79 Millionen Jahre vor unserer Zeit datieren. Abgesehen von den Polargebieten, Island und den Wüsten sind Stechmücken leider auf dem gesamten Planeten vertreten. Meistens dort, wo es Wasserstellen gibt. Das lässt sich auch leicht erklären. Stechmücken legen ihre dreckige Brut stets im Wasser ab, da ihre Larven ausschließlich Wasserbewohner sind. Die haben aber keine Kiemen, sondern atmen durch ein Atemrohr an der Wasseroberfläche hängend Luft ein. Begattet werden die Mückenweibchen in sogenannten Paarungsschwärmen, bei denen tausende Männchen einen Schwarm bilden und die Weibchen durch das Hineinfliegen in diesen Schwarm begattet werden. Mücken werden also in abartigen, incestuösen Massenorgien gezeugt. Und wenn man mal ehrlich ist, sieht man das denen auch eins zu eins an. Stechmücken leben parasitär, das heißt sie schaden anderen Wesen, um selbst leben zu können, was sie noch ehrenloser macht als scheiße fressende Zersetzer, die wenigstens den Dreck wegmachen. Um Eier bilden zu können, benötigen die Weibchen unbedingt eine Menge Proteine, die sie sich nur durch Blut einverleiben können. Also machen sie kein Auge und stechen einfach ab, was bluten kann. Ganz egal, was das für Konsequenzen für das Opfer mit sich bringt. Juckt die nicht, ob ihr Speichel, welche sie injizieren, um Schmerzempfindungen zu vermeiden, damit sie nicht auf frischer Tat ertappt werden, kleine allergische Reaktionen auslöst. Weil es dich juckt. Es gibt tatsächlich eine Mus... Alter, du erwartest einfach jetzt langsam mal, ja, fass wieder jetzt hinaus, dass du... Weil es dich juckt. Wild. Gefällt dir mal sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber Mücken, ganz ehrlich. Bei Mücken hört bei mir auch der Spaß auf. Ich finde wirklich, also ganz klar von der Belastung her, sind Wespen schlimmer, weil die einfach mehr schmerzen. Und wenn du eine Wespe siehst, du willst gerade Kuchen essen, du hast eine Wespe auf dem Kuchen, hast du schon keinen Bock mehr, dieses Dreckskuchenstück dort abzubeißen. Bei einer Mücke ist das nicht so. Aber bei einer Mücke, das sind so hinterlistige Viecher, die einfach so aus dem Nichts kommen und dich wirklich einfach nur stechen. Bei einer Wespe, die will dich erstmal noch gar nicht stechen. Aber erst wenn du die anhauchst, dann kommt die voll auf Angriff auf dich zu. Das ist das Problem. Aber bei einer Mücke ist das halt direkt so. Die will ja dein Blut. Die will dich töten. Das ist auf jeden Fall... Aber auf die komme ich später zu sprechen. Lasst uns erstmal den ökologischen Nutzen von Stechmücken ergründen. Wir haben hier also eine niederträchtige Kreatur, die ohne zu zögern ehrenlos zusticht, ein Schmarotzer-Dasein fristet und in einer widerlichen Massenorgie gezeugt wird. Was können solche Viecher Positives zu ihrer Umwelt beitragen? Für sich allein genommen natürlich nichts. Aber dadurch, dass das... Mich hat mal eine Tigermücke gestochen. Was ist denn eine Tigermücke? Asiatische Tigermücke. Junge, du laberst, oder? Was ist denn mit einer asiatischen Tigermücke? Töte die... Alter, das ist ja ekelhaft. Was macht denn die mit dir? Bist du danach tot, oder wie? Hast Malaria bestimmt. In Italien. Na, vielleicht war es ja eine italienische Tigermücke. Die asiatische Tigermücke, gelegentlich auch Tigermoskito, ist ein ursprünglich in den südost-asiatischen Tropen und Subtropen. Sie ist als Überträger von Krankheitserregeln wie zum Beispiel dem Zika-Virus, dem Chikungunya-Virus und dem Dengu-Virus bedeutsam. Ja gut, dann mit dir möchte ich keinen Kontakt haben. Das ist ja ekelhaft. Wer weiß, was du mir dann überträgst? Das will niemand. Ohne Scheiß, das will wirklich niemand. Aber gut. Du hast jetzt auf jeden Fall ein was von den ganzen Sachen dort. Belastend. Alles die übelsten Opfer sind, die von jeder anderen Spezies da draußen derbe auf die Fresse kriegen, sind sie praktisch dafür da, um andere Wesen durchzufüttern. Stechmücken existieren praktisch nur, um reinzufieden. Sie tragen allein durch ihre nichtswürdige Anwesenheit dazu bei, dass sich viele Arten wie Fledermäuse zum Beispiel ordentlich sattfressen können. Was kein Problem wäre, würde man diese nicht verknuspern und zufällig eine weltweite Pandemie auslösen, nicht wahr? Macht das Stechmücken zu schwachen Arten, mit denen man sogar Mitleid haben könnte, wenn sie keine abgeranzten Schmarotzer wären? Überhaupt nicht. Auch wenn sie alleine gar nichts können und von allem gewoneshottet werden, sind sie in der Supportposition mit Hypercarries wie Malaria sehr gefährlich. Durch ihre hohe Anzahl, ihrer kleinen Größe und großer Flinkheit bilden sie den perfekten Gap-Closer, den Krankheitserreger wie Plasmodien brauchen, um neue Wirte zu infizieren. Malaria mit Stechmücken als Supporter bildet mit etwa 200 Millionen Erkrankten im Jahr die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Nach Angaben der Weltgesundheit... Als ob... Was? Wirklich? Malaria? Ich weiß noch nicht mal, was löst Malaria aus? Also, was ist das so überhaupt für eine Krankheit? Man hört immer so Malaria, Malaria, hm, hier wegen Mücken und so, Malaria, da musst du dich impfen lassen. Aber was löst eigentlich Malaria aus? Also, was ist das so richtig? Was bekommst du da? Das ist halbe Million, das ist so... Das sah gerade aber eher aus wie 200.000. Hä? Er sagt hier 200 Millionen. 200 Millionen pro Jahr? 200 Millionen? Ey, hat er sich da verrechnet? Pro Jahr 200 Millionen, das ist ja übel viel. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Malaria pro Jahr für eine halbe Million Kills verantwortlich. Für eine halbe Million, aber hier steht 500.000. Also, finde ich... Ach, das sind Tote. Das hier sind Tote. Ih, das ist ja gut. Aber gute Gefahr herrscht im Mitteleuropa zwar nicht und allgemein scheint das doch eine Seltenheit zu sein, aber mit dem Wissen im Hintergrund will ich mich nicht unbedingt freiwillig von der Mücke abstechen lassen. Gerade dann nicht, wenn einige Virenkrankheiten wie Gelbfieber oder das Vestnilvirus übertragen werden können. Letzteres wurde gerade in den letzten zwei Jahren vermehrt in Europa auch mehrere Male in Deutschland nachgewiesen. Wisst ihr noch, dass es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wild lebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu verletzen oder zu töten? Nun, das Risiko, Gelbfieber zu bekommen oder zur Verbreitung des Vestnilvirus beizutragen, klingt für mich nach einem vernünftigen Grund, die endgültige Verlassung der Mücke von diesem Planeten einzuleiten. Sollte man mal diskutieren. Wer sich da unsicher ist, kann ja stets im Hinterkopf behalten, dass Tote Moskitos niemanden anzeigen können. Hier wird nichts geplant und zu nichts aufgerufen. Die Region um den Oberrhein geht mit gutem Beispiel voran. Zur Bekämpfung von Stechmücken wird dort ein Bakterium ausgesetzt, das den Verdauungstrakt der Mückenlarven schädigt und so das Absterben dieser bewirkt. Richtig so, raus mit die Viecher! Es ist ja nicht so, als ob Mücken nur am Rande neben uns existieren. Ja, was wollen die machen mit dem Fressen für die, oder mit diesen Bakterien? Also, haben die da, die wissen ganz genau, wo diese Mücken überall leben und dann setzen die dort Futterkörper für, vor allem Futterkörper, für Mücken hin, damit die dort hier rausgeekelt werden. Verstehe ich nicht ganz. Verstehe die Grundlage hier nicht. Würden und wir gelegentlich von ihrem herumschwirren, um uns ein wenig in... Das bei Banaria kriegt man hohes Fieber und Schüttelfrost. Bei Kindern kann es zum Koma und darauf folgenden Tod führen. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Nein, im Gegenteil, die Viecher fucken uns alle mit voller Absicht ab, stets mit dem obersten Ziel, Menschen nur so heftig wie möglich auf den Sack zu gehen. Sieht man doch schon an deren Umgang mit Mückenspray. Die laufen einem nicht zufällig über den Weg und weil man gerade da ist, wird sich eine saftige Mahlzeit gegönnt, um die räudigen Ausgeburten vom letzten Massengangbang rausscheißen zu können. Wenn das so zufällig und natürlich passieren würde, würden sie ja von Zielen, die sich mit Mückenspray eingesprüht haben, ablassen und sich denken, Oh, na dann eben beim nächsten Mal, wenn ich wieder zufällig jemanden über den Weg laufe. Stattdessen wird sich bei jedem noch so riesigen und triefenden Mückenspray-Teppich gezielt jede noch so verschissen kleine Lücke gesucht und wenn es nur eine einzelne verkackte Hautschuppe ist, um ihren dreckigen, verschrumpelten Rüssel reinhalten zu können und natürlich, weil Abstechen nicht genug ist, ihr ranziges Gift in die Blutbahn zu pumpen. Selbstverständlich reicht das nicht, ein absoluter Dreis... Das stimmt aber, ne? Warum, warum dann noch Gift rein? So, es reicht doch, wenn die es reinsaugen. Warum Gift? Das ist hier wirklich die große Frage. Äh, 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 verstehe ich nicht. Schön, dass du da bist. Aber, äh, das verstehe ich nicht. ...beshalb schön nochmal fünfmal nachgestochen werden muss. Selbst wenn die letzte Mücke noch so abgeranzt war und ihr eingestritztes Sekret noch so gammlig und krankheitsdurchzogen, da ist sich keine Mücke zu schade für, nochmal an der Stelle dran rumzulutschen. Stell dir vor, du willst an einem schönen Sommertag einfach deinen freien Tag genießen. Ist auch völlig egal, wo du das machen willst. Die Viecher lauern dir stets gezielt auf. Einfach mal entspannt am See chillen. Wird dir nicht gegönnt. Oder einfach entspannt im Garten von wem auch immer chillen. Wird dir genauso wenig gegönnt. Überall lauern sie Feige in den Gräser. Nur darauf warten, dass du dich nett unterhältst und eine gute Zeit hast. Hauptsache abgelenkt, damit du nicht mitbekommst, wie sie Feige aus ihren Verstecken kommen, um dich niederzustechen. Schön da, wo es am nervigsten ist und am meisten juckt. Also ich hasse es, wenn eine Mücke ganz dicht an meinem Ohr vorbeifliegt, währenddessen ich im Bett bin. Ey, N98, ich fühl's zu 100%. Das ist halt bei mir im Zimmer. Ich hab halt nur ein Fenster mit Fliegengitter. Oder mit Mückenschutz, sag ich mal. Das andere Fenster hinter mir hat keinen Mückenschutz. Und wenn du dann dort mal durchlüften willst, da kommen die ganzen Mücken rein und ich hab so das Gefühl, die legen mir 20.000 Eier und 20.000 Mücken sind dann bei mir im Zimmer. Jedes Mal eine neue und dann schläfst du und es ist nachts und du weißt ganz genau, wenn du die Mücke nicht tötest in der Nacht oder es nicht schaffst, diese dort zu erlegen, dann war's das für die Nacht mit dir. Direkt auf die Fingerknöchel, immer wieder drauf. Oder auf den Fußknöchel, damit du dich immer wieder nach unten beugen musst, um dich zu kratzen. Tio, so ist es. Hauptsache du wirst so heftig wie möglich abgefuckt, um dir den Tag so gut wie es geht zu vermiesen. Das ist genau die Scheiße, auf die diese dreckigen Mistviecher Bock haben. Abgefuckte, ehrenlose Hurensöhne sind das. Aber das reicht ja noch nicht. Wäre ja auch zu schön, wenn man den ganzen Tag abgefuckt wurde oder arbeiten war oder arbeiten war und abgefuckt wurde, wenn man dann abends seine Ruhe hätte. Als ob die Hitze nicht schon Sommernächte in einem Land, wo kaum einer eine Klimaanlage hat, schlimm genug machen würde, da kommen die missgeburten Drecksviecher, direkt angekrochen, um dir die letzte Möglichkeit, irgendwie Schlaf zu finden, auch noch zu nehmen. Die Lösung klingt an sich eigentlich ganz einfach. Überall Fliegengitter anbringen und fertig. Ja, wenn es dann mal genau so einfach funktionieren würde. Alter! Ich kriege übrigens einen Augenkrebs bei dem Bild. Ich habe noch nie so Augenkrebs bei einem Bild bekommen. Wie bei dem... Ich habe das gerade gar nicht gepeilt. Fliegengitter anbringen und fertig. Ja, wenn es dann mal genau so einfach funktionieren würde. Wie bei dem triefenden Teppich aus Mückenspray auch schon. jede noch so kleine abgeranzte Lücke, wo so ein Vieh irgendwie mit größter Mühe eventuell durchkommen könnte, wird natürlich gefunden und genutzt, um einen Augenkrebs weiterhin zu belästigen. Und wenn sich die dreckigen... Das Problem ist, du brauchst halt erst mal Mückengitter oder Fliegengitter, damit die Drecksviecher nicht reinkommen. Das Problem ist, diese Ekeldinger, die sind halt auch immer so, die machen durchs Fliegengitter am besten noch durch und dann machen die ohne Scheiß. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weshalb die bei mir ins Zimmer kommen. Bei mir ist bei der Tür unten ein ganz, ganz kleiner Spalt auf, weil mein Zimmer ist irgendwie ein bisschen schräg und da kann die Tür, kann ich direkt dran sein. Da ist so ein ganz, ganz kleiner Spalt und da machen die, ich habe manchmal echt das Gefühl, die machen durch den Spalt oder machen durchs Schlüsselloch oder die sind solche Füchse und das ist bei mir wirklich so. Immer wenn Sommer ist und diese Drecksviecher kommen, dann mache ich die Tür auf, renne schnell rein, mache die Tür wieder zu, damit die auch ja nicht reinkommen. Also ich bin dann auf Geschwindigkeit, gehe ich hier ins Zimmer und dann schwitze ich schon wieder und dann ist der Lachs auch schon wieder gegessen. Das ist eine richtige Drecksscheiße. Da haust du herum verstecken und so lange dort campen müssen, bis irgendwann die verschissene Tür aufgeht. Jedes Register wird von der Inzestbrut gezogen, um in die Wohnung einsteigen zu können. Ist ja auch klar, dass die Viecher nicht leicht zu erkennen geben, dass sie es reingeschafft haben. Nee, da wird richtig niederträchtig und hinterfotzig abgewartet. Bis du es wagst, dich auch mal schlafen zu legen. Dann kommen sie angekrochen, mit nur einem Ziel vor Augen, dich systematisch in den Wahnsinn zu treiben, indem man dir den Schlaf nimmt. Im Gegensatz zu Fliegen, die man teilweise 10 Meter gegen den Wind hört, sind Mücken recht leise und ihr Summen nur in einem kleinen Radius um sie herum hörbar. Besagte Summen ist jedoch das vermutlich penetrant nervenste Summen im ganzen Tierreich. Ein abgefucktes Scheißgeräusch, das dich noch in deinen Albträumen verfolgt, sollte dein Körper nicht gekniet und Demut gezeigt haben und in den Schlafzustand übergegangen sein. Und diese räudigen, missgeburten Drecksviecher wissen perfekt damit umzugehen. So plötzlich, wie sie aus der Dunkelheit kommen und um dein Ohr kreisen, so schnell sind sie wieder darin verschwunden. Nur um das Ganze nochmal zu tun und nochmal und nochmal und nochmal Das ist es halt. So, wenn die einmal stechen und sich dann verpissen, dann sage ich, okay, dann gehen wir mal einen Kompromiss ein. Aber wenn die einmal kommen, mich stechen und nach einer Minute sich denken, mich stechen zu müssen, dann geht es halt ein paar auf die Fresse. Ich bin da wirklich, da habe ich die Schnauze auch ehrlich gesagt voll. Und wenn du eingeschlafen bist, dann wird die Wehrlosigkeit gleich vollumfänglich ausgenutzt, damit du mit einer Menge Mückenstiche aufwachen darfst. Wer sowas Ehrenloses noch zu verteidigen versucht, dem ist halt echt nicht mehr zu helfen. Da stellt sich natürlich berechtigterweise die Frage, wie man gegen diese hinterlistige, feige, asoziale Brut vorgehen soll. Fliegengitter alleine reicht ja offensichtlich nicht, auch wenn es schon mal ein guter Anfang ist. Das hilft dir draußen aber auch nicht weiter. Mückenspray klingt in der Theorie auch nicht schlecht, bis sich die dutzenden Stiche aufwachen. Da hilft nur noch ein Flammenwerfer. Und was soll man wetten, dass er mit einem Flammenwerfer, dass er nach einem Flammenwerfer fragt? Also das ist für mich die einzig logische Wahl. Oder meine, meine Großeltern, die haben, die haben noch, die haben so einen Garten, ne, den die halt mieten, ne. Das ist ja, ja so ein Kleingarten, ne. Ihr kennt wahrscheinlich solche Kleingartenanlagen. Da haben meine Großeltern auch einen Garten und die haben wie so einen Tennisschläger, der elektrisch ist. Und da gehen, da halten die das einfach, dann drücken die auf den Knopf, dann ist das so elektrisch. Und dann pfeffern die das gegen eine Mücke und zack ist die Mücke weg. Zack, tot. Wild. Ist genau das, was wir alle brauchen. Zweifeln lassen. Besser wäre es, wenn es diese Drecksviecher gar nicht erst gäbe. Dann könnten sie das Mückenspray auch nicht umgehen. In Wohnsiedlungen lässt sich das sogar einrichten. Mückenlarven leben ausschließlich im Wasser. Leert man nun alle Wasserstellen wie offene Gefäße, nachdem es geregnet hat, nimmt man den Mückenlarven nicht nur die Ehre, sondern den Lebensraum gleich noch mit dazu. Hat man einen Teich, sollte man Füße daran aussetzen, welche ehrenvoll die Larven wegsnacken. Wer dann Mücken in seiner Wohnung wegklatscht, weil diese vorsätzlich Hausfriedensbruch begehen und gewaltbereit sämtliche Bewohner abstechen wollen, der kann dann sicher sein, dass die missgeburten Drecksviecher nicht im Garten direkt nachspawn. UV-Lampen sollen tatsächlich nicht gegen Stechmücken helfen. Ich hatte mal so eine, schön mit heißem Draht zum Grillen und da ist auch so einiges reingeflogen, auch einiges, das nach Mücke aussah. Aber in Wirklichkeit geiern die Viecher viel mehr auf Gerüche und CO2-Konzentration. Allein die Tatsache, dass ihr existiert und atmet. Warte, das hatten wir doch schon mal. Wie auch immer, allein wegen eurer Existenz geiern diese Lutscher so krass darauf, an euch zu saugen, dass sie Licht, welches sie schon ein bisschen angeilt, einfach komplett ignorieren, solange ihr es wagt zu atmen. Und wenn ihr die Luft anhalten solltet, stechen sie euch auf Ehrenlosigkeit trotzdem ab. Geräte, die Ultraschall aussenden, sind den Viechern auch scheißegal, das juckt die überhaupt nicht. Und schlau genug, Ultraschallquellen aus dem Weg zu gehen, um Fledermäuse zu dodgen, sind die erst recht nicht. Aber um jede noch so kleine Lücke in einem Fliegengitter zu finden, dafür reicht es natürlich. Da sieht man mal, wo die wirklichen Prioritäten dieser Missgeburten liegen. Ich feiere es einfach, weil es einfach stimmt. Die versuchen ja wirklich alles, um uns abzufangen, sind wir jetzt mal ehrlich. Aber die sind wirklich einfach nur da, um Hohensöhne zu sein. Stechmücken von einer Stechmücken abbetrieben werden würden, die niemanden absticht. Stechmücke, die nicht sticht, klingt widersprüchlich, gibt es aber wirklich. Und zwar die Gattung Toxorynchitis. Eine Stechmückengattung, die sich dachte, Mensch, Leute abstechen, ist schon ziemlich ehrenlos. Na dann lass es halt. Wahrscheinlich genauso passiert. Hört sich schon ehrenvoll an, aber es kommt noch viel ehrenvoller. Der Grund, warum diese Stechmücken niemanden abstechen, ist nicht nur, weil sie ehrenvoll darauf verzichten, sondern weil sie andere Stechmückenlarven fressen. Eine der ehrenvollsten Aktionen, die man als Insekt überhaupt bringen kann. Dank der Proteine der zerschnetzelten Larven können sie später selber entspannt Eier legen, ohne andere dafür abfacken zu müssen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Sie verhindern die Existenz von gewaltbereiten Mücken, ohne selber als ausgewachsenes Tier gewaltbereit zu sein. Die machen einfach Next Level Shit. Anstatt sich mit den anderen Stechmücken herumzuschlagen, schlachten die einfach deren Kinder ab und befinden sich dabei selbst noch im Larvenstadium. Das ist Alpha. Wenn man dieses ehrenhafte Stück Insekt verbreiten würde, dann hätte die Tierwelt weiterhin Mücken, die sie genüsslich verspeisen könnte und wir hätten keine Mückenstiche mehr, die uns eventuell dazu antreiben könnten, sämtliche Stechmücken im Internet als... Ehre. Ihm wird hier schon Contra K Power angezeigt. Kuss. Haben wir hier auch irgendwo Alpha Kevin? Dixter, Boots, keine Ahnung. Thema YouTube. Ah ne. Erdnlos. Hurensöhne zu beleidigen. Das Ganze bringt aber ein Problem mit sich, also abgesehen von der Kleinigkeit, dass man ein riesiges ökologisches Gleichgewicht zerstören würde, dessen katastrophale Folgen wir im Gänze niemals abschätzen könnten. Nämlich, dass die Toxorhynchitis komplett totgenervt ist. Angefangen damit, dass die meisten der 90 Arten dieser Gattung nur in den Tropen vorkommen. Einige Arten finden sich noch in den Randgebieten Nordamerikas und Südostasiens wieder, aber das war's auch schon. Eine Verbreitung im gemäßigten Klima kann man also schon mal vergessen. Was ja nicht unbedingt schlimm wäre, da Malaria auch hauptsächlich in den Tropen vorkommt und man mit der Toxorhynchitis solides Counterplay hätte, wenn sie die anderen Stechmücken konsequent abschlachten und klein halten würde. Würde, denn das tut sie nämlich nicht. Der größte Ehrenmove dieser Art ist auch ihre größte Schwäche. Sie hat einfach so Bock drauf, Larven abzuschlachten, dass sie nicht mal vor ihrer eigenen Gattung Halt macht. Die Toxorhynchitis... Was? Die hat sogar die Larven der eigenen Gattung kaputt, oder wie? Oder meint die jetzt generell von Mücken, weil das ja auch eine Mücke ist? ...larven schlachten und verknuspern sich gegenseitig. Da kennen die nix. Besonders, wenn das Wasserbehältnis klein und die Nahrungsmenge gering ist. Da wird jeder kleine Teich zum Battle-Royal-Gebiet erklärt. Auch wenn die Mücke... Aber die Frage ist halt, wie erkennst du das jetzt? Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt auch so eine rote Mücke sehe, das war jetzt gerade diese Mücke, die die Larven kaputt macht. Wenn ich jetzt eine rote Mücke sehe, dann würde ich die im Prinzipiell jetzt nicht mehr kaputt machen. Außer da, die ist rot, weil dort Blut dran ist, was die mir gerade rausgesaugt hat. Weil sonst würde ich halt sagen, ich mache ja jede Mücke kaputt, jetzt habe ich aber gelernt, die rote Mücke nicht kaputt machen, weil die frisst ja die Larven und schadet mir nicht. Dann werde ich die jetzt immer behandeln. Also ich weiß nicht, ob man die irgendwie auch anlocken kann, die roten Mücken. Aber das wäre auf jeden Fall ganz nice. Ganz ehrlich, wenn es eine Mückenart gibt, die einfach ihre eigene Gattung auslöscht, was willst du mehr? Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Scheiß gegen sowas. Was? Einen Fadenwurm oder wie? Wie ekelhaft kann man sein. Also du hast jetzt gerade einen Fadenwurm in dir. Das bedeutet, du bist gewurmt. Du brauchst eine Wurmkur. Gesamt steht die Toxorinchitis trotzdem nicht so gut da, wie sie es könnte. Einerseits, weil sie einer ehrenvollen Art, die ehrenvoll Stechmücken killt, ehrenlos die Ehre samt Leben nimmt. Das war vor neun Jahren. Egal. Die frisst gerade deine Gedärme wahrscheinlich. Die schlingelt sich in dein Gedärm. Liegt wahrscheinlich gerade in der Leber oder so oder im Darm oder so. Also sich... Das kommt irgendwann aus seinen Arsch rausgekrochen. Ohne Scheiß. Selbst und andererseits, weil ihr aggressives Jagdverhalten sie zu anfällig macht. Da fragt man sich doch ernsthaft, wer sowas designt. Malaria tötet mit anderen Stechmücken zusammen eine halbe Million Menschen. Juckt im Balancing-Team niemanden, weil sie ja auch nicht gestochen werden. Toxorinchitis wagt es, ne Stechmückenlarve wegzusnacken. Nee, direkt weggenervt, die miese Sau. Sofort auf Tropen beschränken, während Malaria auch in den Subtropen noch Party machen darf. Instant Friendly Fire reinkloppen und die Larven sich gegenseitig abschlachten lassen. Das klingt auf jeden Fall fair und ausgeglichen. 79 Million Years auf Stechmücken-Balancing-Erfahrung. Und was ich eigentlich damit sagen will ist, Hotfix diese Scheiße. Patch den Kannibalismus, der Toxorinchitis komplett raus. Beschränkt sie mein... Ich finde es aber geil, dass er denkt, das Ganze ist ein Game. Aber ich feier es wirklich. Patch diese Scheiße. Ist ja wirklich so. Es sollte wirklich keine Mücken mehr in Deutschland geben. Meinetwegen erst mal auf die Tropen und vielleicht auch Subtropen, um zu schauen, ob sie ein guter Counterpick zu Malaria wird und nicht allzu stark ist. Abhängig davon, wie effektiv sie dann ist, kann man immer noch überlegen, ob man sie auch in anderen Klimazonen vorkommen lässt. Und nerft endlich die Malaria-Stechmücken-Kombo. Die ist viel zu lang schon, viel zu broken. Die Begrenzung auf Tropen und Subtropen rechtfertigt noch lange nicht, dass sie dort so komplett ausrasten und alles hops nehmen darf. Eine Krankheit wie Malaria sollte es nie so einfach und konstant möglich sein, neue Ziele zu erreichen. Boxt man ein paar dieser Hurenmücken weg, erreicht man doch eh nichts. Sie spawnen direkt um ein Vielfaches wieder nach, ohne fürs Reininden bestraft zu werden. Das Ganze braucht dringend ein Balancing-Update. Denn am Ende wurde da noch gar nicht mit dazu gezählt, dass Mücken die größten Mistgeburten sind, die voller Heimtücke ihre Opfer bewusst wegmobben wollen. Alle dieser Mistviecher sind die größten Mistgeburten und nicht nur die Weibchen. Klar sind dies am Ende, die dir 30 Mal auf die Knöchel stechen, weil es lustig ist und man sich als Mücke sonst nichts gönnt, aber die Männchen hängen da genauso mit drin. Die zeugen doch bewusst Nachwuchs, damit euch nicht nur eine Mücke, sondern eine ganze Armee davon auf den Sack geht. Das sind genauso Huan-Söhne wie der Rest auch. Und falls jetzt einige sowas meinen wie so ist die Natur nun mal, übertreibt doch nicht so. Lasst euch doch ruhig ohne Gegenwehr kaputt stechen. Wenn ihr dann auf der Intensivstation wegen so einer Scheiße wie dem West-Nil-Virus liegt, dann habt ihr ja genug Zeit darüber nachzudenken, wie cool doch die Natur ist mit ihren ganzen Infektionskrankheiten. Ich werde weiterhin meinen Grund und Boden bis aufs Blut verteidigen, welches ich mir nicht von so verschrumpelten, missgebohrten Drecksviechern wegsaugen lassen werde. Wer vorsätzlich Hausfriedensbruch begeht, um in voller Absicht Personen zu belästigen zu verletzen, der muss sich nicht wundern, von einer donnernden Zuhälterstelle weggefickt zu werden. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein. Ey, stabil, ohne Scheiß. Wirklich, das kommt an das Wespen-Video ran. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Also muss ich sagen, feuer euch wirklich. Also muss ich damit noch sagen, kommen wir mal Oi- Northwestern. Vielen Dank.